Herzlich Willkommen Leute zu einem weiteren Pokémon Trading Card Game Video. Heute sind wir wieder zurück bei den Trainerboxen. Letztes Mal waren wir ja noch bei Yu-Gi-Oh! gewesen. Das kam sehr gut bei euch an. Das habe ich auch noch sozusagen im Hinterkopf. Und damit wird es natürlich auch weitergehen. Aber wie gesagt, wir wollen Pokémon ja auch erstmal irgendwo abschließen. In Anführungsstrichen. Es kommt ja bald das neue Set und so weiter. Dann fliege ich wieder nach Japan. Also es gibt sowieso noch einen ganzen Flow an Karten und Sachen, die ich euch zeigen möchte. Aber ich möchte trotzdem erstmal mit einer Sache abschließen können. Momentan ist das Problem, ich habe in letzter Zeit halt so viele Karten ausgepackt, die ich noch nicht in Ordner sortieren konnte, weil es sehr viele neue Sets waren. Jedes Set einen eigenen Ordner braucht und das wirkt dann momentan sehr chaotisch. Vor allem, weil man deutsche und englische Karten, die japanischen, nicht zusammen in ein Set packen kann, weil die unterschiedlich viele Karten haben und so weiter und so fort. Deswegen bin ich da immer noch am Sortieren. Wenn ich da ein besseres System oder ein schnelleres System habe, geht es auch weiter und schneller weiter. Jetzt aber dann erstmal was Simples und englische beziehungsweise deutsche Karten. Die kann ich nämlich einfacher einsortieren, denn dafür habe ich die Sets soweit schon. Wir haben heute die Top Trainer Box von Grauen der Lichtfinsternis. Und das ist ein ziemlich cooles, das ist eine ziemlich coole Top Trainer Box. Seht ihr auch gleich, ich liebe die Hüllen, die da drin sind. Man sieht es ja theoretisch schon auf der Rückseite. Und ja, wir packen das Ganze mal aus, schauen uns das Ganze mal an. Letztes Mal im letzten Pokémon Video ging es ja immer noch um die Pin Collection von Pikachu. Die wird in diesem Video verlost. Deswegen checkt da mal aus, wer von mir eine Antwort bekommen hatte. Im Optimalfall habe ich ihn wieder ins Pre-Intro kurz gepackt. Fünf Sekunden den Top-Kommentar eingeblendet oder den Gewinnerkommentar. Und ja, der sollte mich dann auf Twitter kontaktieren. Und dann regeln wir den Rest. Dann geht die Pin Collection nämlich auch an euch raus. Dann haben wir das auch erstmal geklärt. So, jetzt aber Top Trainer Box. Grauen der Lichtfinsternis. Wir hatten schon eine Top Trainer Box. Und ich glaube, drei oder vier habe ich auch noch am Start. Schauen wir einfach mal rein, was die hier so zu bieten hat. Ich gucke mal, ob ich die irgendwie simpel aufbekomme. Weil die ist leider eh schon gewölbt, hier an der Seite. Und wenn ich hier dran ziehe, dann kriege ich sie auch so auf. So. Ich werde oft gefragt, oder zumindest denken das die ein oder anderen, ob ich gesponsert werde. Also, ob ich die Karten umsonst bekommen. Nein, das stimmt nicht. Bis dato habe ich mir alles selber gekauft. Ich würde mich aber freuen, wenn es so wäre. Also, ich würde mich freuen, wenn man hier in dem Bereich gesponsert werden könnte. Wer also Interesse hat, ich packe gerne eure Karten aus. So. Grauen der Lichtfinsternis. Schicke Box. Schwarz, Gold oder schwarz, gelb und grau. Und wenn man dann die Box selber aus der Umverpackung rausholt, hat man halt diese Standard Holzbox, die schon dann halb auseinander geht. Und erstmal das Heftchen, weshalb ich die ganzen Top Trainer Boxen überhaupt so gerne sammle. Denn das hier ist ein Heft, wo alle Karten, die in dem Set drin sind, also in dem Set, zu der die Box gehört, drin stehen, mit der Möglichkeit, diese abzuhaken. Und dieses Set, das haben wir schon relativ weit und gut gefüllt. Also, da wart ihr auch schon dabei, wo wir die Karten geöffnet haben. Das heißt, durch diese Top Trainer Box habe ich vielleicht die Chance, ein paar noch der Karten zu kriegen, die mir für dieses Set fehlen und es vielleicht auch irgendwann dann abzuschließen. Das wäre natürlich optimal. So, damit die Umverpackung hier besser hält, ist einmal so ein Pappling dabei, das ist aber unwichtig. Und jetzt kommen wir zur Box selbst. So, wir machen das Ganze auf und holen erstmal den Spaß raus. So, da haben wir einmal Booster Packs. Noch mehr Booster Packs. So, und da sind wir dann auch schon. Die Verpackung selbst, ich packe erstmal zur Seite. Die Boxen behalte ich immer, da kommen wir mal in den doppelten Karten rein. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. So, Energiekarten ohne Ende fürs Deck bauen. Für uns ist es gerade unwichtig. Trenner für die Box. Erinnert ihr euch auch? Hatten wir schon immer auch bei unseren Pikachu-Dingern mit dabei. Dann. Schöne Würfel mit einem Special-Würfel. Plus die Marker für Verbrennung, Gift und GX aus Plastik. Da gibt es auch sonst immer die Papp-Dinger bei vielen. Deswegen finde ich auch da die Trainer-Boxen wieder geil. Und, ja, die Verpackungen selbst, die ich meinte, die ziemlich cool aussehen. Also die Hüllen sind das. Davon haben wir ja auch jetzt schon eine ganze Menge Hüllen, Special-Hüllen. Aber wie ich die benutze, kann ich euch einfach nicht sagen. Dafür müsste man wirklich ein Deck bauen. Dann wird das Sinn machen. Wenn man später Deck-Building betreibt, dann könnte man solche Hüllen nehmen, um es besser zu markieren. Jetzt fehlt mir aber noch was. Bin ich ganz doof? Kleinen Moment. Lass mich kurz was checken. Wir haben erstmal die ganzen Booster-Packs. Ja, sind sogar eine ganze Menge. Ich muss kurz was schauen. Energiekarten. Trenner. Ja, ja. Okay. Drinnen sollen sein. Acht Booster-Packs. Drei. Sechs. Sieben, acht. Echt. Trenner. Wir haben acht. Acht Booster sind es. Acht Stück. Was haben wir denn dabei? Alles Lichtfinsternis, hoffe ich in dem Fall. So wie das Set es voraussagt. Sehr gut. Das heißt, hier nicht unterschiedliche Sets, sondern ganz simpel alles in eins. Das heißt, sie sind auch einfacher einzusortieren. Das ist immer schön und ein bisschen angenehmer als bei den japanischen Boostern, wo du aus 80 Sets Sachen bekommst. Fangen wir mal an und öffnen mal die Booster Packs. So. Ein paar Wochen ist es her, dass ich erstmal ein paar Karten wieder geöffnet habe. Oder zwei. Hier ist erstmal der erste Code für euch. Ich zähle mal vier ab. Und wir finden beim zweiten Mal raus, was besser ist. Ja, nehmen wir aber erstmal vier. Ich hoffe, das Video heute ist auch nicht zu dunkel für euch. Ansonsten entschuldigt bitte, da muss ich sonst was dran machen. Klavion. Knacksel. Hooper. So. Habe ich mit vier richtig gelegen? Viscora. Volcanion mit Prisma. Die Karte dürfte ich noch nicht haben. Perfekt. Plus die Zikarde. Zikarde. Das ist doch schon mal gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die noch nicht habe. Zumindest nicht in Prismatic. Schauen wir dann mal, wenn ich den Ordner wieder raushol. Ich freue mich schon, alle Karten einzusetzen. Also ehrlich, das ist so das, was mir mit am meisten Spaß macht. Das klingt ein bisschen doof, aber genau so ist es. Ansonsten, bei den Codes, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ansonsten appelliere ich immer an euch und wir versuchen das weiterhin durchzuboxen. Seid so fair, löst nur einen ein. Mal schauen, ob es irgendwann mal klappt. Es wäre auf jeden Fall ein geiler Zug. Da müsst ihr aber dann selbst an euch arbeiten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Code bekommt. Und einfach nicht alle nehmt. Und gönnt einfach auch mal den anderen. So. Grammokles. Octave. Und ein Froxy in Reversed Holo. Schön, die Startup-Pokémon. Ich glaube, auch der fehlt mir noch. Und dahinter noch ein Monargoras in Foil. Beziehungsweise Holo. Ich zeige euch beide mal eben. Kriegen wir hin. Die Attacke ist übrigens Knirscher mit 100. Oh Gott, ich muss niesen, Leute. Es tut mir leid. Ging nochmal gut. Kennt ihr das? Wenn ihr euren Nieser unterdrücken wollt. Und es klappt. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Der dritte Code für euch. Und einschreibe ich natürlich wieder in die Kommentare. Ein bisschen verzögert. Damit halt da mindestens zwei Leute was bekommen. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Deswegen immer schön schnell die Glocke aktiv. Ja. Abo da lassen. Dann kriegt ihr das auch direkt mit, wenn die Videos online gehen. Hier ist nochmal ein Froxy mit einem anderen Bild. Und das finde ich echt schön. Ein unglaublich schickes Bild. Schön gezeichnet, weil ich zeige euch das mal. Sieht fast aus wie ein Bild aus der Serie. Nur mit schlechter Quali. Als wenn es ein Screenshot aus der Serie wäre. Und der ist nicht hoch aufgelöst. Aber das ist halt der Effekt ziemlich schön. So. Ein Kaumalad in Reverse Todo. Den habe ich auf jeden Fall schon. und ein Florgas. Und den habe ich an sich noch nicht. Also die Secret Rare oder die Rare Card. Entschuldigung, wenn ich da was Falsches gesagt habe. Auf jeden Fall ist das hier immer noch die, die ganz am Ende kommt. Wo die Magie passieren kann. Weiter geht's. So, die nächsten Codes lege ich mir zur Seite. Vier abgezählt. Der Wellenbrecher. Marinos. Kaumalad. Kaumalad ist super oft dabei. FM. Pam, pam. Und dann jetzt wird es interessant. Ein Tobutz in Reverse. Und. Oh, Monagoras. Nochmal. In Holo. Also da schon wieder eine Doppelte. Das ist aber nicht schlecht, Doppelte zu kriegen. Wie gesagt, es wird später noch Giveaways oder so geben. Wo Vivadry die Schönes zusammenbasteln. Und dann habt ihr da eine ganz große Chance. Gefühlt so ein ganzes Booster abzugreifen. Mit doppelten Holos oder Reversed Holos. Also nur die guten. Ja, also gut ist relativ. Aber die seltenen. Gibt ja auch normale Pokémon, die ziemlich gut sind, glaube ich. In dem Kartenspiel. Ich glaube nicht, dass alle guten Karten halt Holo oder sowas sind. Ihr wisst, was ich meine. Leute. Wem erzähle ich das? Ihr seid die Profis. Wir machen weiter. Selfie. Lady Over ist immer die Eins in dem Deck. Das weiß ich. Die habe ich schon so oft gezogen. Monagoroth in Reversed. Das ist auch schön. Da haben wir jetzt einmal beide. Und dahinter versteckt sich ein Rex Blizzar. Hm. Kriegen wir heute noch. Kriegen wir heute noch. Eine richtig seltene Karte. Wir schauen mal kurz ins Heft. Wir haben noch drei Booster Packs. Ja. Gib uns doch hier. Oh ja. Hier sind. Ups. Ich weiß wieder welches Set das ist. Ja. Hier können eine ganze Menge Karten drin sein. Schaut dir alleine mal die GX Karten hier am Ende an. Oder die goldene noch. Hier. Die Rainbows. Okay. Wir haben eine Möglichkeit hier. Es besteht eine Chance. Trainer Box. Lasst mich nicht hängen. Drei Booster to go. Code weg. Jetzt sag ich es euch. Das ist es. Dann ist es. Balgorath. Hier ist es jetzt, Leute. Das ist es. Amarino. Reversed. Phanathora. Ja. 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 Dann bleiben. Wir haben noch zwei. Kennt ihr das? Das ist es. Das ist es. Jetzt holen wir was raus. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Bam. Umdrehen. Der Richter. Das schöne Frogs hier wieder. Floetta. Und. Ein Viscogon. Immerhin. Diesmal wieder ein doppeltes. Beziehungsweise zwei schicke Karten. Aber. Keinen Hit. Ja. Wir haben kein Hit gelandet. Und das ist es nicht. Vielleicht. Vielleicht vertue ich mich aber auch genau. Vielleicht ist es genau das. Wo ich denke, das ist es nicht. So. Letzte Booster. Vier Karten. Turnaround. Los geht's. Magneton. Fünx. Pam Pam. Mehickel. FM. Iscala. Filinara. Da drunter ist wieder nichts. Ein Tandrak haben wir noch am Ende. Es sollte heute nicht sein. Es sollte heute nicht sein. Wir haben aber auch schon viel Glück gehabt. Muss man dazu sagen. Leute. Aber. Ich denke. Hier waren eine ganze Menge Karten dabei. Die ich in diesem Set noch nicht hatte. Und. Das werde ich. Zum Glück nutzen können. Um die schnell einzusortieren. Ansonsten habe ich da hinten. Ich sehe da noch einen ganzen Batzen Karten. Die nicht einsortiert wurden. Und da. Muss ich mich erstmal als nächstes dran setzen. Ansonsten. Die drei Karten habt ihr hoffentlich eingelöst. Ich hoffe. Drei unterschiedliche Leute. Wenn das einmal klappt. Wäre das mega sick. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ob ihr es eingelöst habt. Und wer. Ja. Wenn ihr wollt. Wäre natürlich schön. Wenn wir da als Community ein bisschen zusammenarbeiten können. Es gibt aber auch noch einen Code. Der so in die Kommentare geht. Irgendwann wenn das Video online geht. Ansonsten. Gerne ein Like da lassen. Also ich würde mich sehr über den Support freuen. Wenn diese Videos hier gut ankommen. Ist das sehr schön. Weil das ist so ein bisschen. Das ist etwas hier. Was ich sehr. Einfach nur. Nur sehr gerne mache. Ich erwarte jetzt hier keine 50.000 Views auf ein Video. Oder sonstiges. Das mache ich einfach. Weil ich halt nur Bock drauf habe. Und es wäre mir egal. Ob hier 200 Leute. 500 Leute. Oder 1000 Leute zugucken. Das macht mir einfach sehr viel Spaß. Und ich hoffe. Dass wir als Community was aufbauen können. Deswegen würde ich mich auch sehr freuen. Wenn ihr ein Like für das Video da lassen würdet. Wenn die Videos irgendwann mal alle so über 1000 Likes hätten. Würde es einfach unglaublich krass aussehen. Aber da ist es in erster Linie ist das nicht wichtig. Aber ich hoffe. Dass wir den Kanal ein bisschen irgendwie als Community aufziehen können. Und da halt so eine kleine Gemeinschaft bilden. Ansonsten. Das war die Trainerbox. Schreibt mir gerne mal wie ihr die Box an sich fandet. Jetzt unabhängig von dem was wir rausgezogen haben. Ich hole noch die Box zurück. So mit der Umverpackung raus. Allgemein. Wie gesagt. Ich finde das immer sehr schick. Ich liebe die Plastikmarker. Ja. Die sind super geil. Die Foils. Oder die Höhen sind halt auch awesome. Die Papptrenner finde ich nicht so cool. Wie die Plastiktrenner aus den Pikachu Boxen. Gut. Man kann nicht alles haben. Und die Heftchen. Die für alles zu haben. Um so eine Checklist zu haben. Ist auch ziemlich awesome. Ansonsten. Gerne Like da lassen. Beim nächsten Mal gibt es wieder ein Giveaway. Da schauen wir mal was wir machen. Jetzt muss ich aber wirklich erstmal anfangen aufzuräumen. Deswegen. Ich weiß noch nicht wann es weiter geht. Wird aber natürlich alles in geraumer Zeit kommen. Also es wird nicht lange dauern. Und dann können wir einfach weitermachen. Danach geht es mit Yugi los. Ganz normale Brettspiele. Leute. Ich habe noch einiges vor. Der Kanal soll noch eine ganze Zeit lang laufen. Weil ich glaube. Ich habe hier. Wenn ich mich einfach nur umgucke in meinem Raum. Was ich noch an Videos machen könnte. Werde ich hier in 5 Jahren noch nicht fertig sein. Und das ist ungelogen. Es ist noch so viel. Und ich freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe wir sind es beim nächsten Mal wieder. Der Gewinner. Gerne anschreiben. Am Anfang wurde der Kommentar eingeblendet. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.